In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein Franzose namens Foucault für das Schwingen von Pendeln berühmt und behauptete, ihre folgenden Bewegungen seien ein Beweis für die tägliche Rotation der Erde. Seitdem werden regelmäßig Foucault-Pendel in Museum- und Ausstellungshallen weltweit geschwungen, um den immerwährenden ewigen Beweis für die heliozentrische, sich drehende Erdballtheorie zu liefern. Die Wahrheit ist jedoch, der in die Irre geführten Öffentlichkeit unbekannt, dass Foucaults-Pendel ein gescheitertes Experiment ist, welches nichts beweist, außer wie leicht es für Pseudowissenschaft ist, die formbaren Massen hinters Licht zu führen. Lady Blount schrieb, dieses Pendel, erzählen uns moderne Wissenschaftler, leistet einen sichtbaren Beweis, dass wir auf einer wirbelnden Kugel leben, welche, so ein Wissenschaftswerk vor mir, sich an ihrer sogenannten Achse mit einer Geschwindigkeit von 1600 kmh am Äquator dreht und zusätzlich zu anderen Bewegungen in einer ewigen Bahn um die Sonne mit einer Geschwindigkeit von über 1600 km pro Minute rauscht. Die Sonne, von der es heißt, sie habe den Durchmesser von 1.392.920 km und wiege 354.963 mal mehr als die Erde, von der es heißt, sie wäre 150 Millionen Kilometer entfernt. Und um zu beweisen, dass die Erde wirklich diese Bewegungen macht, ist ein Pendel in der Show aufgehängt. Der Schausteller setzt es in Bewegung und bietet der staunenden Welt aus arglosen Männern und Frauen an, einen Beweis zu erhalten, dass wir auf einer wirbelnden Kugel leben, die durchs Weltall rast. William Carpenter sagt, Also, das Verhalten des Pendels kommt in Wirklichkeit auf. Erstens die Ausgangskraft beim Schwung an und zweitens die benutzten Gelenklager, welche am breitwilligsten die kreisende Bewegung über irgendeine andere erleichtern. Die angebliche Drehung der Erde ist vollkommen belanglos zu dem Schwingen des Pendels. Wenn die angebliche gleichbleibende Drehung der Erde Pendel in irgendeiner Weise beeinflusst, dann sollte es keinen Anlass geben, Pendel per Hand in Bewegung zu setzen. Wenn die tägliche Drehung der Erde die einheitliche tägliche Drehung von Pendeln um 360 Grad verursacht, dann sollte es nicht irgendwo auf der Erde ein feststehendes Pendel geben. Samuel Robotham schrieb, Deswegen ist es kein Beweis und belegt nichts. Zweitens, wenn die Schwingungsbreite als wechselnd beobachtet wird, wo ist der Zusammenhang zwischen einem solchen Wechsel und der angeblichen Bewegung der Erde? Welcher Gedankengang führt den Versuchsleiter zu dem Schluss, dass es die Erde ist, die sich unter dem Pendel bewegt und nicht das Pendel über die Erde? Welch logisches Recht oder Zwangsläufigkeit bevorzugt ein Schluss dem anderen? Drittens, wieso wurde nicht die seltsame Anbringung des Aufhängungspunktes des Pendels im Hinblick auf seinen möglichen Einfluss auf die Schwingungsbreite berücksichtigt? War es nicht bekannt oder wurde es übersehen? Oder wurde es auf dem Höhepunkt der theoretischen Orgie ignoriert, dass ein Gelenklager eines ist, das die kreisende Bewegung bereitwilliger erleichtert als irgendein anderes? Zitat Ende. Lady Blount sagt, wir glauben mit all der notwendigen Achtung für das Pendel und seinen Eigentümer, dass es nichts beweist, außer die Handwerkskunst des Erfinders. Und wir können die Schau und den Schaustellern nur als Täuschung bezeichnen. Eine so kindische Sache wie dieser Pendelbeweis kann nur als einer der einfachsten und lächerlichsten Versuche, die je ausgeheckt wurden, um das Publikum zu täuschen, bezeichnet werden. Es hieß, dass das Pendel-Experiment die Rotation der Erde beweist, aber das ist ziemlich unmöglich, da sich ein Pendel in eine Richtung dreht und ein anderes in eine entgegengesetzte Richtung. Nun fragen wir, dreht sich die Erde in verschiedene Richtungen, an verschiedenen Orten, zur selben Zeit? Wir sollten das wissen. Vielleicht wird uns der Versuchsleiter netterweise über diesen Punkt aufklären. Wenn die Erde die ihr zugeschriebenen schrecklichen Bewegungen hätte, dann würde es einige wahrnehmbare Wirkungen von solchen Bewegungen geben. Aber wir fühlen wieder die Bewegung, sehen sie nicht, noch hören wir sie. Und wie Menschen dem Schwingen des Pendels zuschauen können und denken, dass sie einen Beweis für die Bewegung der Erde sehen, kann man kaum nachvollziehen. Sie sind jedoch aufgezogen, es zu glauben, und es soll ja wissenschaftlich sein, zu glauben, was der Astronom erzählt.